Machen wir gerne ein bisschen mehr. Bereit? Ja. Die hat eine Kurve. Merkst du das? Hier ist da so eine Welle drin. Jetzt hätte die Wind dagegen geblasen. Auch lustig, wenn das letzte Stück so eine Kurve wäre. Boah, ist der Nautic Jet voll. In der Nautic Jet voll. Geschafft. Jetzt musst du die Tür aufgeben.